Ja, äh, ich spiel jetzt nicht nur weitere Schichten, das kannst du nicht knicken. Wir haben die erste Schrift geschafft, yay, die zweite Schrift will jetzt TV spielen, find ich toll. Ah, 7, pff, kein Problem, Mike. Jetzt oder was? Zieht durch. Viel Spaß. Das wär ja wohl gelacht. Ich spiel auf gar keinen Fall die zweite Schicht. Benni, du hast schon Schlimmeres gespielt. Ja, aber das, du weißt... Oh, nee. Man legt Wache wieder auf in meinem drögen kleinen Zimmer und sagt, verbiss mich jetzt. I go to work. So, können wir nochmal auf Toilette? Nee, können wir nicht. I go. Als ob der jetzt einfach zu, 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 also, 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 nee. Zur Schicht geht er. Glaub's ja nicht. So, wen haben wir denn heute hier? MG Pagilia. Isaac Briggs. Es sind mal drei, ja? Ja. Dimitria Navarro. Okay. Dimitria... Ah, schön. Wunderbar. Dimitria ist ein Clown. Söndlich gut, finde ich gut. Ja, mich stören tatsächlich... Also, Clowns finde ich jetzt per se nicht so doll unheimlich. Sie sind unangenehm. Aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, so... Oh, nee. Was ist denn los? Moment, an die nicht. Ja, ist halt ein bisschen anders mit der Steuerung. Ich hoffe, dass du jetzt aber auch... Oh, die ist aber bockig, Alter. Ja, ja, da musst du ganz schön nachziehen. Doch, da muss man aber hier... Seht man schon am Fuß, ist schon wieder ein bisschen Gammel. Ja, auf der Brust hast du auch schon mal ein bisschen was. Ja. So, auf ihr bockt der Kumpel. Schauen wir doch mal. Ja, diese Fliege hier, ey. Die geht mir so auf den Seite schon. So, rotate. Wie, rotate ich denn? Ja, auf der rechten Seite einfach aufklicken. Ja, da raufklicken. Und? Nichts passiert. Ah, okay. Klicken. Ein Klickrecht. So, wer hat mich hier gerade vorgequatscht? Weiß ich nicht. Ein ganz toller Clown. Und sein bestes Jahr. So, alles klar. Mann, Mann, Mann. Also, die Steuerung ist ein bisschen bockig, muss ich sagen. So, Record. So, haben wir ihn hier. Und 22. Ach, der arme Junge. So, Head. Confusion. Linke Schulter. Mole. Linker Arm. Haben wir. Da haben wir. Kandrosis. Und Confusion. Am linken Bein. Ja, oben. Ja, ist so ein bisschen. Okay. Gut. Und Zapf. Tidin. Ha. Clowns sterben schneller scheinbar. Ja. So. Gib mir das. Oh, Gott. Die Mauer. Interessant wäre tatsächlich mal, wenn die wirklich immer an der gleichen Stelle vorkommen. Ach so, rechts klicken jetzt. Mhm. Und dann, äh, genau. Aha. Mal kurz durch. Hallo. Oh. Was ist denn hier nur los? Na, sage mal. Der Lehrling hat wieder vergessen, die Tür zu schließen. Mhm. Aha. Benni, hast du was zum Schreiben da? Ich hab was zum Schreiben hier. Brauch nur noch einen kleinen Zettel. Was ist das? Aha. Was ist das denn für ein Zeichen? Okay, das sieht ja komisch aus. Kann ich ran zoomen mit irgendwas? Nee, leider nicht. Hast du? Äh, ja, nee, noch nicht so richtig. Aber es sieht aus wie ein, weiß ich nicht, wie von Naruto so ein Zeichen. Lass ich so stehen, Benni. Lass ich so stehen. Ja, hab ich jetzt mal so halb aufgezeichnet. So ein komisches. Alrighty then. Judy, dann werden wir mal. Ach so, seht ihr nicht. Nein, ist der Shit jetzt überall woanders? Ja. Oh. Scheint so. Oh. Und ist es nicht da? Ach, du Schande. Das ist ja... Hey. Okay. Cool. Oh, das Fluid ist jetzt auch woanders. Oh, hier ist doch natürlich nicht so schön. So, hier haben wir die... Okay, und aber... Oh nein, ey. Und die... Wo ist denn jetzt die Nadeln? Verdammt nochmal, wo hat denn der Chef die Nadeln wieder hingelegt? Ach. So kann ich nicht arbeiten. Das ist doch immer das gleiche hier. Oh, scheiß, wo sind die Nadeln? Hier. Nee, das sind die Eyecaps. Okay, brauchen wir trotzdem. Aha. So, so. Der ist eigentlich einen anderen Code mittlerweile? Oder immer noch die... Oh ja, da ist ein anderer Code. 3, 8, 4, 4. 3, 8, 4. 7, 5. Okay, haben wir. Nice. So. Da ist das mal wurscht. Schlüssel kann ich gar nicht mitnehmen, ne? Ich glaube nicht, nee. Jetzt mal rein. So, ja. Jetzt aber... Butter bei sie Fische. Oder sind das hier die Nadeln? Ja. Okay. Einfach nur anders hingestellt, die Schweine. Sehr gut. Na gut. Hup. Willst du mich jetzt zum Sternen, oder was? Erstmal ja. Alles klar. Richtig, ich muss nur raufklicken. Du darfst aber nicht währenddessen die Maus... Du musst unten auf den Pfeil klicken. Nee, du kannst auch in der Mitte raufklicken, du darfst nur deine Maus nicht bewegen. Du musst wirklich klicken und nicht deine Maus dabei bewegen. Ah. Okay. Na, das sind so Bennys Motivationsgeschichten. Einfach mal dumm sterben lassen. So. Und? Ja, den musst du immer nachziehen. Das ist immer... Alter, come on. Sehr schön. Aber du musst auch anscheinend erstmal wirklich raus, ne? Ja, das ist auch... Genau, mach dich auch einfach so zu. So. Schön. Alles, ciao. So. All right. Ja, das hört man immer öfter. So, vorm Aldehyd nehmen wir mit. Oh, da kommt jemand rein. Bin gleich da. Komme schon. Ah, schon wieder weg. Das ist es. Und mal diese Laufkundschaft. Ja, es war nur ein kurzer Besucher. Ja, stimmt wie sieht das aus. So, hier oben. Das nehmen wir noch mit. Die unheimliche Musik ist mir auch total egal. Ah. Sehr schön. Da haben wir es. Warte mal. Okay. Ich will einfach mal die Tür zu machen. Was ist denn hier los? Was ist denn das hier für ein... Oh, fuck, Alter. Oh, fuck, Alter. Wie, 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 wie? Wo, wo, wo? Okay. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Ah, wir kommen ja mal erst mal zum Schreiben vorne. So, haben wir. So, haben wir. Haben wir. Und kritzelst du noch kritzel oder kritzelst du schon in Kreise? Ja, kritzelst du schon in Kreise. Ah, da geht der Scheiße schon los. Da geht der Scheiße schon los. Okay, sie dreht schon mir so ein bisschen ab. Wir gucken mal hier nochmal so einen Lappen, hier so einen Zettel. Und dann gucken wir mal. So, jetzt können wir ja ein bisschen lauter machen. Aha. Nee. Ja. Oha. Dammit. Okay, dieses wunderschöne Tee. Jo, hab ich. Gut. Brossen. So. Pennywise durfte jetzt auch schon fertig gespült sein. Wunderbar. Großartig. Kommen wir gleich. Das war ein Fenster. Ja? Ich glaube schon. Okay. Okay, also bei dem ersten hast du auf jeden Fall schon mal nicht so viel Action gehabt. Finde ich okay. Für dich. Für den Start. Jetzt kannst du den, was du unten links hingeschmissen hast, hier dieses Moistroot. Kannst du genau. Ruf. Ruf. Rufhebe. Rufhebe. So, dann kann ich hier vorne schon mal die Tür aufmachen. Tatsächlich bin ich eher so der Open-Door-Typ. Ich gar nicht. So. Und. Lalalala. Schön. Kannst du. So. Abgefrühstückt hier den Kumpel. Ich sagte, abgefrühstückt den Kumpel. Zack. So. Na gut. So. Isaac Briggs ist der Nächste. Na dann nimm mal den guten Isaac. So, Steuerung ist immer, leider bei mir immer so ein bisschen hapelig. Gewöhnt. Oh. Oh. Come on, Alter. Oh. Das war mies. Das war mies. Wieso, ey? Wieso? Das ist einer der Gründe, warum ich die Türen immer zu habe. Oh. Hast du das gewusst? Nee. Aber. Wenn du halt so alles offen lässt. Ist doch klar, dass du irgendwann irgendwie. Gesicht. Um die Ecke kommt oder so. So, sag mir mal einen schnell. Wo ist denn? Wo ist das hier oben? Warte mal. Das brauche ich. Genau. Und. Jetzt hat er auf. Oh Gott, das ist interessant. Ist doch gut. Entspann dich. Entspann dich, Lena. Ist gut. Ist gut. Oh. Yo. Come on. Oh no. 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 Überhaupt gar nicht mit den Händen. Überhaupt gar nicht mit den Händen. Oh no. Ich habe etwas missen. Das Skalpell brauchen wir noch. Das ist hinter dir. Okay. No. Da unten. Perfekt. Da. Alter, mein Herz. Ja. Mutti. Auch meins. Ist brutaler Shit. Kann man ja noch sagen. Und hier geht es wieder nicht gut. Und hier geht es wieder ab, Alter. Was ist denn los? Erstmal ein bisschen kritzeln. Hier kritze mal ein bisschen. Da kann ich ja nicht, oder? Oh, dir geht es wirklich gar nicht gut. Kann ich da irgendwas tun? Nee. Einfach. Also unsere Theorie war. Hm. Hm. Ist unangenehm. Ist wirklich unangenehm. War ja vorhin, dass du einfach nur schneller machen musst. Äh, ich bin schon schnell, finde ich. Also. Äh, ja. Du bist, also, ne? Du bist, äh, du bist auf jeden Fall flott unterwegs. Flotter als ich. So, okay. Jetzt machen wir. Hab ich hier nicht vorhin Licht angemacht? Vielleicht sollte ich auch nicht die ganze Zeit hier, äh, im Dunkeln stehen. Während Dämonen mich hier angreifen. So. Okay. Wir machen die Schnürze. So. Ja. Schnell arbeiten, schreibt Jojo. Ich acker doch schon. Ich acker doch schon. Ich kann doch mehr als arbeiten. Kann ich doch nicht. Immer dieser Stress im Gesundheitswesen. Ich kann so nicht arbeiten. Oh, ich muss ganz dringend vor, wohin aufs Klo. Bring da wieder nach. Ich lass dich mal kurz alleine mit dem Chat. Viel Spaß. Juhu. Tschüss. Echt? Ja, du lässt mich alleine? Wirklich ganz link auf Toilette. Ey, dann mach hin. Mach hin, Benni. I need my partner. So, haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. Jetzt aber schnell ab mit dem Schnurz hier. So. Und zu. Und nice. Wunderbar. Was? Oder was? Nee, war nicht. Okay, jetzt brauchen wir die. Was? Wurden hier gerade weggeschmissen? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Wir brauchen den. Tatsächlich fühle ich mich jetzt ein bisschen ängstlicher, wenn Benni nicht da ist. Das ist wirklich komisch. So, weil kann ich mich jetzt auch so natürlich nicht so auf den Chat konzentrieren. Also, das heißt, ich bin allein. Allein, allein. Allein, allein, allein. Grundsätzlich ist für mich halt auch mal die Frage, irgendwie, wenn solche, ähm, 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 ja, Erscheinung vom Poltergeist oder von, was auch immer von, von dem Dämon sind, soll ich die einfach ignorieren? Was ist denn da besser? Irgendwie. Also, durch was dreht sie weniger durch? Wenn ich die konfrontiere? Wir sind irgendwie, ähm, 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 im Seiten... Ja, wir sind ja im Boden versunken. Wir haben ein Drogenproblem. Okay. Ja. Was ist denn unser süßer Boyfriend? Ich weiß es nicht, also der, was? Unser Mann? Fuck. Okay, Baby, don't worry. Ach, krass. Schön, ne? Wir kotzen gerade so ein bisschen. Mann, oder? Wir sticken gerade an unserem... Wir brauchen ja nicht. Ja, aber. Okay, so, ich bin gleich, 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 da. Ich komme zurück. Ich komme gleich zurück. Oh. Hast du irgendwas bewegt? Nee. Hey, hey, I've found her! Down here! Ach, du Scheiße! Fuck, Alter! Scheiße! Was ist denn? Alter. Das ist schon mal eine Ansage hier, wisch. Hä? Wann gerade? Können wir hier? Oh ja, kannst du? So, so! Schau, schau, die schau schon. Aha, ein L. Ein gutes L. Wie L-L-L-Ludwig. Wie L-L-Ludwig. So, L-Ludwig. Was? Na dann, äh, mäustere ihn mal. Und merkt ihr mal, das ist wahrscheinlich unser... All right. Alter, die rasten da hinten aber auch aus. In, in... Zwei Minuten-Takt. Ist ja schlimm. I wanna be a hippie and I wanna get stoned down. Aha. So, okay. Alles klar. Oh, meine Güte, wie viel wiegt dieser Mann? So, dankeschön und wir nehmen uns... Ach, also man muss erst wirklich ein Stück Rind schieben, damit du... Ach, das ist doch... Das ist wirklich ein bisschen tricky. Ja, da muss man mal was fixen, doch hier irgendwie. Na? Hallo? Nimm doch bitte die Trage, es kann doch nicht so schwer sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was hast du denn da hinten hingefallen? Hast du die Bude auseinandergenommen? Was hast du denn alles auf den Boden geschmissen? Ich habe ja, und das war... Ich war das nicht, tatsächlich. Ach so, okay. Das war der Geist. Wie viel Zeichen haben wir denn jetzt? Drei bis jetzt. Drei. Es fehlt nur eins. Gut, alles klar. Dir geht's nicht gut? Mir geht's nicht gut. Dir geht's gar nicht gut. Es wird doch nicht besser, wenn ich hier unten kritzele, oder? Nee, das ist einfach nur, um zu checken, ob deine Sanity... Also wie deine... Wie dein Gesundheitszustand im Kopf anscheinend gerade ist. Naja, aber was soll das denn? Das ist doch Quatsch. Irgendwie. Wir müssen mir doch irgendwie... Irgendwas geben, damit ich halt irgendwie... meine Sanity wieder ein bisschen runterkriege. Wie Jojo meinte. Einfach schneller arbeiten. Das hilft nicht. Das ist auch nicht das Rätselslösung. So, warte mal. Immer schneller arbeiten. Klassische Arbeitnehmerding. Arbeitgeberding. So. So, hast du alles. Nee, glaube ich nicht. Doch, weil sie hatte The Ego gesagt. Ja? Wann? Echt? Habe ich jetzt nicht mitgebracht. Gerade eben beim letzten Ding wieder. Okay. Gut, wenn du das sagst, Benni, dann glaube ich dir das. Das sehen wir ja gleich. Du hast drei von drei. So. MG Pagila. Ist er. Nein. Hier. Ach du Scheiße. Die Tür ist zugegangen. Bin jetzt am Rechner. Ich kann jetzt nicht. Okay. Rechne ist es nur mitteilen. Ich kann da jetzt nicht rangehen. Nee, link ist Leck. 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 Alles gut? Nee, du ist... Schande, Alter. Du Schande, da muss ich doch mal in Ruhe erstmal kurz weiterarbeiten. So. So. Und... Warte mal, linke Schulter war noch... Hast du ja nix. War ja nischt. Rechte Schulter haben wir halt, oder? Rechte Schulter hast du schon. Du hast alle drei. Ich würde jetzt unnirgend dahin gehen, aber ich habe ja keine Ahnung dabei, oder? Ach, du kannst auch einfach so an ihr vorbeigehen und die Unterlagen erstmal wegpacken. Ja, ich bin für eine ordentliche Ablage. Ach, du Scheiße. Oh. Da ist aber auch ganz viel Blut auf dem Boden. Was? Blut? Ja, siehst du das? Oder ist das der Schatten einfach nur? Nee, ist der Schatten. Ist der Schatten? Okay. Das finde ich jetzt aber nicht so schlimm, tatsächlich. Was tatsächlich? So. Ja. Ach, du Scheiße. Der Clown hat auch was. Der Clown. Oh, nee. Oh. Fuck. Diese Penner, ey. Ehrlich. Aber ist schon. Das Spiel ist wirklich cool gemacht. Und schon drehst du wieder am Rad. Aber warum, Alter? Ich weiß es nicht. Oh ja, du drehst immer mehr am Rad. Okay, cool, 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 cool. Jetzt hängt schon an wie du. Hält mir nicht heraus. Bringt mir überhaupt nicht. Talak-Ese. Ja, ich glaube da. Are you sure? Yes. Was? Ob wir sicher sind mit irgendwas? Keine Ahnung. I'm sure. I don't know. Okay, vielleicht sind wir uns... Alter, was macht sie denn jetzt? Was war denn das? Ist er noch da? Oh no. Ja, sie zeigt dir... Die Richtung an. Okay, der Gang ist ein bisschen größer geworden. Ich bin bei sowas halt... Ist wie ein Pflaster abreißen irgendwie. Das bringt mir nichts, wenn ich das jetzt langsamer mache. Hä? Oh, das wird da übel. God has left you. Na, toll. Das sind Motivationssprüche, die brauche ich. Okay. Hey. Das sind wieder schon mehr, wa? Oder? Oh Gott. God has left you. Hey, hey, hey. Ne? Ne? Oh Gott. Wasser. Oh. Oh. Oh, nee, nicht sowas, ey. Hm, unangenehm. Oh, ach Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Fuck you. Oh, Gott. Das war nicht der Clown. Ne. Me, me, me. Das Merk muss man kurz trinken. Ui, 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 ui. Oh, Gott. Und davon sollen wir fünf Schichten machen? Gar keine Falle, ey. Ne, wieso fünf Schichten? Wie kommst du auf fünf Schichten? Ja, weil, fünf Endings, zweite Schicht. Ja, aber, äh, fünf. Hm, ja, okay, ist ne, ist, ist, ja, kann sein. Could be. Resume. Ja, ein Resümee. So. Und die Pampa wieder mixen hier. Schau, bitte. Hm. Das ganze Ding hier auf den Boden nehmen. Genau. Den Blutdraht. Oh, fuck you, Alter. Oh, fuck you, Alter. Oh, oh, hui. Ha, hä? Wie? Äg, wat? Warum bewegt er sich? Ich bewege mich ständig. Na? Ach, du Scheiße, ey. Okay, kann mich nicht bewegen. Ja. Jetzt kann ich mich überwinden. Ach, Gott. Was ist denn das hier? Ja, oh, nee. Oh. Hey, hey. Na, ihr kleinen Mäuse? Was haben wir denn da? Das ist ein Sack. Was ist unser, unser Balltrant? Just give in? Was? Was? Give in? Missing the... Es ist hier doch irgendwas. Erkennt, was? Wie? Was? Was fehlt mir denn? Ja, nochmal den Stein. Holab, Alter. Ich, wat? Ist doch nicht... Ist doch... Nein. Ich bin so entschuldig. Mit einer ähnlichen Sitzung. Sei mehr komfortabel. Oh! Just... Let me hear, Rebecca. It won't be over. Komm on, Alter. Okay. Der Shit ist echt heftig, Alter! Wirklich! Was ist das, Alter? Tubing? Dein Beam? Nicht! Nein? Links? Und da ist, äh, wieder dein... Ihr sagt gleich bestimmt wieder Rebecca! Come to me! Rebecca! Möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Möchte jetzt in Ruhe meine Arbeit hier machen. So. Voll in Blase. Ist mir eine Latte, was du da machst. Steh da nicht so rum. Ist doch gar nicht unangenehm. Okay. Okay, wo ist... da? Ja, ist ja super. Kannst du es erkennen? Ne. Was soll es sein? Y? Das ist ja... Ja, sieht so ein bisschen aus wie eine 4. Hier. Mit einem geschwungenen Haken nach rechts unten. Okay. Ja. Ich erinnere dich mal sowas. Okay. Okay, okay. Okay, cool. Damit haben wir übrigens jetzt aber alle vier Symbole. Die ist ja nicht. Kann ich sie jetzt einfach... Kann sie jetzt aber nicht wegschieben, einfach, wahr? Ne, du musst... ich glaub, die muss die... du musst die... äh, fertig machen. Möchte. verdad... Da ist ja schon wieder einer. Guck mal! Der guckt dich da schon wieder an. Und Licht ist auch. Schicht gewappt, ey. Das Schlimme ist halt irgendwie dieses Gefühl, dass halt jederzeit randommäßig irgendwas passieren kann. So, und du kannst dich irgendwie nicht davor schützen. Das ist halt echt... Das ist schlecht. Das ist schlecht. So, dann kannst du hier schon mal das Moichsprit wieder nehmen. Und währenddessen können wir ja schon mal kurz gucken, wer hier wegen Symbole und so. Gut. Let's check this out. Ja. Tashak, Tashak. Tashak. Also, oben haben wir das Naruto, links das H, da das T und unten das L. Okay. Und ich bin immer noch der Meinung, dass es immer noch der Typ ist hier, der, der, der Bix. Ich würde auch sagen, dass er Bix ist. Auch wenn hier die Tante auch echt ne Menge gemacht hat. Aber sie haben keine Marken auf ihrem Körper. Das ist richtig. Und den würde ich sagen, den brauchen wir. So, nun, mein Freund. Das kannst du schon mal frisch machen. Und gib ihm. So, boi. Stell mich jetzt mal hier in die Ecke. Ja, damit nicht so viel passiert, vielleicht auch so. Mal safe setting. Unangenehm mit Lachen. Unangenehm mit Lachen. Okay. Was wäre denn jetzt eigentlich, wenn wir uns irren würden? Ich glaube, dann sterben wir oder so. Oder ich weiß es nicht. Instant Kattematel. Also, das Ende ist immer gleich. Von jeder Schicht. Du, ich kieße aus. Okay. Was? Ist die zweite Schicht auch überstanden? Guten Morgen. Es ist nett, nicht derjenige, der hier in der dritten Stelle zu sein. Raymond? Ich glaube, ein Erstnamenbasis ist in Ordnung. Habe ich es geschafft? Ist es vorbei? Für jetzt. Es ist nie wirklich vorbei. Okay, das ist halt so eine Random-Wiederholung jetzt, wann? Ich bin so glücklich, dass ich hier bin. Ich weiß, es ist verorientiert. Nee, es ist verorientiert. Ich habe es gut gemacht. Ja. Du musst nach Hause gehen. Und zu Hause gehen. Ich habe es gut gemacht. Und jede Nacht kann anders sein. Mhm. Ich glaube, ich bin gut. Du bist sicher? Du wirst nicht aus. Oh, ich habe nur noch warten. Oh. Für so, so lange. Oh, Kuss. Was? Was ihr, oh no, you choose the wrong body? Rebecca! Rebecca's not here, you fucking idiot! I will consume you, worthless soul. Watch your foolish spoiled, and drink it as nuts from your pitiful brain! Her name is worthless, oh shit! Here I am! Oh! 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 Ohohoh! Oh shit! Scheiße, Alter! Scheiße! Ending 3 von 5. Super! Ja, welcher hätt's denn sein sollen? Welcher Körper? Der Clown? Vielleicht doch die alte? Ja, aber sie hatte doch die Zeichen. Den hat sie mal zusammengefaltet. So sieht's aus. Okay.